Mach Sven, du hast angerollt, du kriegst aber nicht mehr. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Da liegen sie! Ich hab den Ball! Ne, andere hat den Ball! Ne, ich hab ihn! Alles klar? Sven! Wer kommt?! Sven! Nö. Joy. Was? Würde das dann sein? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Lola Champions! Mit dabei, Yannick, die Fan. Oh Gott, was ist das denn für Matchmaking? Ich weiß es nicht. Einer hat spiel sein erstes Mal und die anderen beiden haben... Alleine... Einer... Alleine... Hat mehr Fans und viele zusammen. Was ist das denn? Wie geil! Da liegt der! Zack! Da liegt er wieder! Hihihi! Ja, das hilft uns nichts, ne? Ich weiß! Hab ihn, Hab ihn, Hab ihn! Hab ihn! Ich hab ihn wohl! Ich will, ich will, ich will! Ich will, ich will, ich will! Hä?! Soll, ich habe ein Gen abgeworfen. Scheiße. Moment? Er fällt falsch! Ah ne... Hab ihn! Hab ihn! Spiel! Mein Gott! ich bin 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 ich drehe um die andere richtung jetzt das macht man die körper angeholt die kriegs aber nicht mehr da liegen sie ich habe den ball ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich wollte nicht zu werfen, weil bei dem direkt zwei Leute drum waren. Ja, was du seht, der ist ja auch gedrückt. Oh, da ist ausgerechnet der Wichser. Zack, nichts passiert. Was kommen, ist das deine Folge? Du wirst die Pro-Gang machen. Bei dir war ich auch mega gut drauf. Waaah! Ich bin auch besser. Nein, 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 nein. Gut, alle liegen, alle liegen. Jetzt können wir... Ja, du musst aber den nächsten auch noch kriegen. Was werden wir anbieten? Anbieten! Jo, jo, jo. Nee, jetzt ist es zu spät. Schade. Einer muss versuchen, um den Rücken freizuilen, der andere muss ihn mal anbieten. Jo. Okay, ich drehe um, ich drehe um. Ah, scheiße. Ja. Das ist ein schnelles Interview. Oh mein Gott, die Steuerung ist für ein Krebs, ey. Wir haben eine Verzeugung von einem BMR-Schweinchen drin, weißt du? Das stimmt. Oh, nice. Weil, ich hab den Ball... Ich hab nicht mal gerechnet, den Ball krieg, bin einfach weitergefahren. Scheiße. Nice. Ein Kunde weg, den Knocken. Muss ich anbieten, Sven. Was machst du? Ja, ja, ich hab gepasst. Ich hab mich angeboten gehabt. Ja, du musst freilaufen. Nicht direkt vor ihm stehen. Freilaufen, Sven, freilaufen, freilaufen. Ja! Sven! 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 Nice! Ich... Ich fäll, ich fäll. Scheiße. Schade. Wer haben ihn noch? Wer haben ihn noch? Wer haben ihn nicht mehr? Das war's. Oh, Mann! Okay, einer ist beide direkt. Schade. Ja. Oh, die Verzögerung im Spiel ist so kotzen! Einer ist direkt hinter dir, der andere auch. Versuch'n gefressen zu laufen. Ja. Ja, einer kommt da an. Einer kommt da an. Janik steht frei. Geil. Ich hab einfach versuch'n freil... Oh, schade. Das wir die Werden... Die Freien werfen... Die Menschen noch üben. Fall werfen? Ja, mit den Freien werfen. Mit hier LB. Warum das? Ja, weil keiner... Weil ich kein Ernst spielen kann. Da muss ich ja mit LB werfen. Ja, aber das ist ja... Und irgendwie wirft dann immer so'n bisschen kacke. Ja, aber klar, weil er dann halt geschießt, nicht passt. Genau. Was machst du da, Alter? Wer? Der Gegner. Oh Mann! Umdrehen, umdrehen! Ich hab' ein Blätter der F! Ich bin der F! Hast du ihn? Ne. Ah ja. Ich hab' ihn. Perfekt! Ich wär' vor! Ich wär' vor! Gut, dass du die Folge kriegst? Ich hab' mein Liefer. Oh, meine. Oh, meine. Oh, mein Fuss. Ich hab' das so einfach easy, das Hypebild wieder einbinden. Ja, Punkt 1. Skill-Adi. Ah, ne, doch nicht. Ne, okay. Immerhin. Ich hab' mein Glück gehabt, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Schreib' mal in den Kommentaren, falls ich beides gespielt habe. Demo und die Alpha bisher. Wie ihr das bisher so vergleichsweise findet. Ich find's das nicht schlechter. Ich weiß nicht, ob du vielleicht geht mit mir das so. Nein. Ja, vielleicht doch. Nein, ich hab' mein gesagt, weil ich umgebrochen wurde. Ne, geht bald wieder verloren. Nein. Mama, wir müssen uns hinschmeißen. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, dass das faul heißt. Fabi? Einfach werfen. Einfach werfen. Einfach mal werfen. Weil sonst kriegst du vielleicht den Ball. Ja. Fuck. Irgendwurde ich wegkriege die anderen aber nicht mehr. Ich werf' einfach mal. Versuch' ihn mal zu kriegen, Leute. Ja, Leute. Ja, einfach werfen. Einfach. Anbieten, Sven. Anbieten. Jo. Hab' ich. Ich hab' im Sound gedrückt. Ja, ein bisschen zu spät. War' der Verzeugung. Sven. Oh. Jo. Hab' ihn. Nice. Oh Gott. Zwei. Oh. Scheiße, ich lege. Ich werfe auf den anderen. Ich werfe auf den anderen. Ich werfe auf den anderen. Komm, 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 komm. Abieten. Komm, komm. Nein. Nein. Oh Mann. Ja, GG. Oh, schade. Oh. Oh. Schade. 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 Du hast ehren. Jo. So. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und ja, wir waren immer wieder gut, haben aber trotzdem verloren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar, ein Abo, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, Glocke drücken die vergessen und ja. Und ja. 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 Ich hab die nächste Woche ganz nemer. Ja. Gott. Ich hab die nächste Woche ganz nemer. Ja. 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 Ja.